ich kann stumpfer pfeil spezial munition 2 ein heil pfeil oder ein gift pfeil mit einem giftigen pulver gefüllter pfeil das finde ich jetzt schon eher cool rasiermesser pfeil mit geschliffener stahlspitze da kommt der damage da kommt der damage aber eigentlich muss ich auf stufe ich warte nur bis stufe 49 dann kann ich nämlich eine sprengpfeile erstellt dann geht's rund aber die sprengpfeile ich hoffe die sind auch die haben auch genügend damage hoffentlich ja ich weiß es nicht werden wir werden mal sehen so genau moment was ist hier jetzt habe ich jetzt habe jetzt habe ich was kasses aber das ist das will ich dir noch nicht verraten das musste ok so sehr herausfinden ich bin gespannt das zeige ich dir dann wenn soweit ist ok ich bin sehr gespannt jetzt hast du mich auf die folge gespannt du brauchst ja die stahlverstärkung ja ja was ist jetzt wieso kann ich das nicht lernen mach doch ein doppelklick drauf wieso kann ich es nicht lernen lernen ich habe genug punkte ich habe alles alle voraussetzungen sind erfüllt was also ja jetzt würde ich am liebsten fragen was aber du willst ich muss dir nicht sagen ich verstehe dich schon ok ok es hat er hat es gelernt aber er hat einfach keine ahnung nicht richtig angezeigt oder lassen da kommt die das zimmermann sind plötzlich haben wir platz in dem haus so warte ich schauen ruhig ich glaube das kann ich hier bauen so ganz gut so 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 genau das kommt dahin ich habe eine erste ja also der ruft den sich jetzt schon ein gebissicher Genau, der Rüstungsmacher kann ja da bleiben Ja Oh, nice So soll es aussehen langsam Genau, hier hinten ist der, hier sind die Kisten Wobei die kleinen Holzkisten brauchen wir nicht mehr Ähm, wo hast denn du den Destroyer, der alles hier weghaut? Hinten bei den großen Kisten Ach stimmt, da hast du es ja hingelegt Alles klar Jetzt muss ich überlegen Wo man das macht Aber Moment, die Werkbank des Folteres können wir zu den Skandalen tun Können wir machen, ja Dann stört die nicht hier Hm, ich werde den Boden ausgehört Ach jetzt Dann haben wir die auch hier So, da war eigentlich auch nichts drin So Und der Keto-Tempel Nice Also ich würde den Raum hier hinten So für Trockensachen, für Pressen und sowas machen Damit das auch ganz easy geht Die Kochstation können wir ja da vorne lassen Hier hinten rechts können wir die Schmiese Wir könnten tatsächlich nirgends die Schmiede auch so Ähm, Kisten jetzt mal tun Irgendwann Was wir jetzt noch brauchen ist so einem Ja, kann man, kann man da noch machen Aber ich brauche noch so eine klassische Möbelmacherstation Ja, dann Hau raus Wir haben genügend Platz hier hinten Ist der Zimmermann Weiß nicht, vielleicht irgendwo hier Du kannst auch Keine Ahnung wo Ach, eine klassische Werkbank 14 Holz, okay Ja Also einiges ist ja noch frei Von daher Ich klau da jetzt einfach 14 Holz raus Ja Aus dem Ofen Dann hält er nur noch 18 Stunden 49 Statt 18 Stunden 53 Minuten Oh Gott Das ist ja fast Das ist ja fast schon das Ende Ja Na, hier sind sie noch Das, 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 das Ja, die tue ich einfach in den ersten Raum Ja Da, wo es hinpasst Am besten Da habe ich so Fundamente Was ist hier? Ach ja, Trockenstation und so Okay Die Holzzeile brauche ich nicht Treppen könnte ich nochmal brauchen Decken und Steine Das ist da Dann habe ich noch Ranken Ranken können wir auch irgendwas machen Ich weiß nicht mehr was Ähm So Ich weiß nicht wie es bei dir ist Mir stören diese Blumentöpfe hier so ein bisschen Kannst du weg machen Ja, die könnten wir irgendwo mal hinstellen So eine kleine Ja, das stört mich nicht Mach ich gleich Ich mach hier erstmal oben den Kumpel Ich bin jetzt immer noch am überlegen Wo ich das mache Was ich machen wollte Ich weiß es noch nicht Das Äh Ich lasse mich einfach überraschen Ja Das wäre Es wird sicher ziemlich cool Aber ich checke noch nicht wo es das gibt Okay Habe ich den Aufzug dabei Kann ich den hier platzieren Bin ich gespannt Geht das Wohin geht denn der jetzt Durch das hier Oh, Alter Oh, Alter Guck mal Guck mal grad Zu unserer Aussichtsplattform Äh Oder guck vom Der Keto-Tempel aus Oder guck Guck mal hier oben Alter Ich bin hier Wow Moment, Moment Geil Alter Geil, oder? What the fuck Ist ja super Alter, ist das geil Mega cool Okay, ich feier das gerade übelst Okay, jetzt komm ich natürlich an der Felswand dran Aber das kann man alles noch hübsch machen Okay Der neue Spaß beginnt Ich werde wahrscheinlich dann die Plattform richtig schön hoch machen Damit wir ohne Probleme auf die andere Seite können Oh, mir fällt gleich schon eine neue Sache an, die ich probieren kann Mal schauen, ob die Grenzen unendlich sind So, wo kann ich das denn jetzt herstellen? Nee Okay, also es ist Man kann zwar nicht unendlich weit Aber man kann schon mal ein bisschen was Ich wurde tatsächlich sogar noch ein bisschen höher Hm Mhm Hm. Ich sehe noch nicht, ob du irgendwas gemacht hast. Ja, ich habe auch noch nichts gemacht. Okay. Ich schaue noch, wo ich das machen kann. Ich bin da schon sehr scharf drauf. Oh, hier gibt es übrigens gehärteten Stein, falls wir den noch brauchen. Echt? Oh ja, also... Ja, da brauchen wir Wundsekret und Zwirn. Aber ich muss was anderes probieren. Echt? Nur Wundsekret und Zwirn? Das ist ja easy going. Oh, das ist übrigens scharf. Oh Gott. Ich verstehe nicht, wo ich das mache. Wo baue ich das? Okay, ich muss noch ein bisschen rum. Oh, wo ist mein Handy? Ich muss jetzt googeln. Ah, jetzt habe ich das oben vergessen, oder wie? Ich bin gleich wieder da, aber ich muss mal googeln, ich verstehe das nicht. Alles klar. Ein Achter. Geht das? Kann ich das runter machen? Oder ich stehe es zu hoch? Oh, nee, das ist der Vertikale. Ich brauche den Horizont. Äh, den... Den da. Ah, schade. Okay, also so wird es gehen. Oh, warte mal. Es müsste, es müsste gehen. Okay, eins zu hoch. Zwei zu hoch. Also drei müssten wir abreißen. Schade. Aber wir könnten schmutzig, falls noch mehr machen. Beem. Etwas, was ich unbedingt wollte. Jetzt bin ich gespannt, ob das nur noch in die... Nein, nicht das Stein von der... Das da. Kannst du das da wegmachen. Oh. Mach's schon nicht komplizierter, als es ist, Junge. Oh. So, ein Steinbebe. Da kommt gleich die nächste. Ah. Beide. Perfekt. Okay. Also das ist schon mal sehr nice. Das ist ein sehr weiter Weg nach oben gerade. Okay. Dann geht es wieder hoch. Und ich mache noch ein paar Decken. Sandstein-Dickchen. Wo sind die? Da. Oh. Zehn. Oh, wenn wir uns geradewegs auf die andere Seite da in die Berge reinhauen können. Das wäre schon nice. Dann müssten wir nur noch überlegen, dass wir uns da einen Weg basteln. Oder ich uns einen Weg bastel. Oder wir machen da hinten noch so ein Ding. Erstmal hier. So. So. Also wir bauen erstmal außenrum einmal. Oh. Passt nicht. Okay. Dann ist er ja wieder. Ja, ich bin wieder da, aber ich habe es noch nicht rausgefunden. Ehrlich gesagt. Okay. Also, ich habe eine interessante Plattform gebaut. Ja, warte mal. Moment, ich lese gerade noch was. Das muss ich jetzt mir, bin gerade dabei. Mhm. Aber wie war denn das? Kann ich das dann platzen? Okay, nice. Oh, da kann man bohren. Kann ich vielleicht das bauen? Auch nicht. Hm. Das kann ich auch nicht bauen. Moment. Ich probier's anders. Kann ich hier? Das Gebäude ist hier nicht zulässig. Warum ist hier das Gebäude nicht zulässig? Kann ich das hier bauen? Ja, hier könnte ich's. Okay. Wie kann ich das denn bauen? Meine Güte. Das, das ganz ehrlich, das Konine Exiles-Wiki ist halt auch voll für den Arsch. Da siehst du. Ja. Da steht halt genau das gleiche einfach wie... Ja. ...meine Fresse. Das ist nicht sehr, nicht sehr gut gemacht teilweise, ja. Stimme ich schon zu. Ich hab da noch nichts gefunden, was mich irgendwie weiterbringt. Boah, das ist ja nicht zulässig schon, ey. Hm. Hm, das hier würd's übergehen, ne? Okay. Hm. Stellt mich noch nicht so ganz zufrieden, das Ganze. So. Wie weit komm ich denn hier hoch? Oh ja. Oh ja. Okay, das gefällt mir. Und? Zago. Kann ich hier was bauen? Alter. Guck mal, wo ich bin. Siehst du die kleine Plattform auf der Spitze des Berges? Äh, nein. Ich muss mal kurz rauslaufen. Moment. Äh. Ach, du Scheiße. Das ist schon ein bisschen... Das ist so geil. Also, das mit den Aufzügen macht schon mal sehr viel Spaß. Ja, ich muss jetzt mal kurz ein Video mir reinziehen. Mhm. Ja, ja, genau. Wegen den Dingern da. Hm. Könnten wir es schaffen? Theoretisch. Das wär nice. Okay, jetzt muss ich erstmal irgendwie runterkommen. Oh, was? Au. Okay. Oh ja. So. Dann hier hoch. Aufzug schon mal holen. Ich brauche noch ein paar Aufzüge. Das ist nicht hier. Ah, Zimmermann. Ja, hier. Mh, mh, mh. So. Dann bauen wir die mal. Okay. Und ich bräuchte Stein, nicht wahr? Ja, wobei. Ich könnte... 10 davon mal herstellen. Ich brauche viel mehr Fundamente jetzt. Boah, du kannst Fake-Aufzüge bauen, bei denen Gegner, wenn sie dann hochfahren, durch die Drecke fallen und dann unten in so ein Stahlkäfig landen oder so. Völlig krass. Ja, da wissen wir ja schon mal, was wir... Wenn der Nico kommt. Nico, fahr mal den Aufzug tot. Nein, Nico, it's a trap. Ja, ja, okay. Ja, Building-Prozess interessiert mich nicht. Mhm. Meine Güte. So, ich hole noch ein bisschen Stein. Und dann versuche ich... ...ein Experiment. Wäre nice, wenn das aufgeht. Und dann mache ich uns irgendwo mal bessere Türen rein und so. Das da. Das da. Machen wir jeweils einen davon. Aufzüge kann man nicht genug kriegen, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Also, ein Aufzug geht schon sehr weit nach oben. Das muss man schon sagen. Das ist schon... Musst du nicht klettern. Musst du noch einmal oben gewesen sein. Genial. Also, ich habe... Ich finde nicht raus, wenn man das baut. Was wolltest du denn bauen? Ich wollte eine Sprengfalle bauen. Ah. Ich glaube, musst du nicht einfach nur placen? Ja, aber ich muss ja erst mal bauen, um sie zu placen. Ah. Ja, okay, gut. Das macht ja Sinn. Ach so. Ach. Ah, jetzt habe ich es. Oh, ich spaßt. Ich kann eine Sprengfalle bauen, einfach in meinem Inventar. Ich habe die ganze Zeit dieses Ding gesucht. Oh, es ging. Ah. Ach, nein. Also, wir brauchen Drachenpulver dafür. Schade. Das wäre cool, wenn das geklappt hätte. Aber Drachenpulver haben wir leider nicht. Ah, Mist. Okay, also, aber Drachenpulver sollten wir uns mal so merken. Vielleicht finden wir das demnächst. Ja. Ah, jetzt habe ich eine Viertelstunde umsonst verschwendet. Ach, du. Das ist das Spiel. Web of the Game. Web of the Game, genau. Wo ist jetzt die Schmiede da hinten? Ja. Ich habe die geplaced. Schön. Achso, ja. Hast du jetzt die Eisenverstärkungen einfach abgebrochen? Nö. Ich habe die einfach weiterbauen lassen dann. Also, ich habe neue gemacht. Du hast Stahlverstärkungen gemacht. Ich habe ja gefragt, brauchst du Stahlverstärkungen? Und du hast gesagt, ja. Nee, ich brauche Eisenverstärkungen. Es ist sonst immer noch nicht genug da. Meine Güte. Mann. Dich kann man halt auch nichts machen lassen, gell? Ja, Entschuldigung. Ich benehme mich ja. Oh, klar. Oh. Oh. Es ist...